Du bist derzeit dabei, dir einen eigenen PC zu konfigurieren oder du möchtest deinem bestehenden System einen Leistungsboost verpassen? Egal was es von beidem ist, der richtige Rahmen ist in beiden Fällen von großer Bedeutung. Vor eurer endgültigen Arbeitsspeicherkaufentscheidung gilt es, einige essentielle Aspekte zu beachten, die ich dir in diesem Video näher bringen werde. Mit Hilfe dieser Kaufberatung bin ich mir sicher, dass auch du am Ende des Videos den für dich passenden Arbeitsspeicher gefunden hast. Let's go! Viel zu viele Hardware- und PC-Käufe achten bei der Wahl des richtigen Arbeitsspeichers einzig und allein auf die Speicherkapazität, wobei es noch viele weitere grundlegende Eigenschaften und Unterschiede zu beachten gibt. Man sollte nicht vergessen, dass auch der Arbeitsspeicher im schlimmsten Falle für ein Bottleneck sorgen kann und somit die Performance eures Rechners negativ beeinflusst werden kann. Grundsätzlich ist aktuell Stand April 2020 ein sehr guter Zeitpunkt, um Arbeitsspeicher zu kaufen, da die RAM-Preise derzeit verhältnismäßig niedrig sind, was sich aber natürlich auch wieder schnell ändern kann. Damit du aber nun auch den für dich passenden Arbeitsspeicher finden kannst, habe ich dir im Folgenden einige empfehlenswerte RAM-Kits zusammengestellt und möchte dir diese nun innerhalb meiner drei Kategorien, nämlich Office bzw. Multimedia, Gaming und High-End Gaming vorstellen. Selbstverständlich handelt es sich dabei nur um eine gewisse Auswahl an nennenswerten Kaufempfehlungen, da dieses Video ansonsten mehrere Stunden lang wäre. Natürlich findest du auch diesmal alle in diesem Video vorgestellten RAM-Module auch nochmal unter diesem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Starten wir jetzt aber endlich mit der ersten Anwenderkategorie, die sich an alle Nutzer aus dem Office bzw. Multimedia-Bereich richtet. Hierbei solltet ihr keinesfalls weniger als 8 GB Gesamtkapazität verbauen, da mittlerweile auch immer mehr Office-Programme verhältnismäßig viel Arbeitsspeicher benötigen. Zusätzlich wäre es sicherlich auch von Vorteil, wenn ihr euch zwei RAM-Steckplätze frei halten würdet, um gegebenenfalls in Zukunft schnell und einfach aufrüsten zu können. Solltest du also zu der Nutzergruppe gehören, die ihren PC hauptsächlich zum Surfen, E-Mails schreiben, Videos schauen und Co. verwenden, dann dürfte eine der folgenden beiden Empfehlungen interessant für dich sein. Da hätten wir zum einen dieses Dual-Kit aus dem Hause G-Skill und zwar 2x4 GB G-Skiller EGIS-RAM für gerade einmal 40 Euro. Hierbei handelt es sich um einen 31,25 mm tiefen Low-Profile-RAM mit einer Taktfrequenz in Höhe von 2400 MHz. Das ist jetzt nicht unbedingt atemberaubend viel, aber mit Hilfe der niedrigen CL500-Latents können sich die effektiven Zugriffszeiten auf alle Fälle sehen lassen. Zudem lässt sich dieser RAM auch problemlos mit XMP-Profilen betreiben. Dieses Dual-Kit ist auf alle Fälle ein Preis-Leistungs-Sieger. Die zweite Empfehlung dieser Anwenderkategorie stellt heute der Corsa Vengeance LPX-Speicher dar. Für ein paar Euro mehr erhaltet ihr auch hier zwei 4 GB RAM-Riegel mit einer Taktfrequenz von jeweils 2400 MHz, diesmal aber mit einer leicht erhöhten CL16er-Latenz. Wie der Name des Arbeitsspeichers bereits vermuten lässt, sind auch diese Module mit einer Höhe von gerade einmal 31 mm extrem kompatibilitätsfreundlich. Zudem bietet dieses Exemplar im Gegensatz zur vorherigen Empfehlung einen Heatspreader, der allerdings bei Arbeitsspeichern meist nicht allzu wichtig ist und schon gar nicht im Office- bzw. Multimedia-Bereich. Machen wir unterdessen weiter mit der nächsten Kategorie, welche sich an alle PC-Spieler da draußen richtet, die auf ein preis-leistungsbewusstes Gaming-System setzen. Während ich in der vorherigen Kategorie noch 8 GB RAM-Empfehlungen vorgestellt habe, rate ich eigentlich fast jedem Gamer, heutzutage auf alle Fälle 16 GB Arbeitsspeicher zu verbauen. Für ein paar ganz wenige Low-Budget-Systeme könnte man zwar auch heute noch mit 8 GB auskommen, allerdings sollte man sich dann auf alle Fälle 2 RAM-Steckplätze frei halten. Wer lieber ein paar Jahre seine Ruhe haben möchte und aktuelle Games flüssig zocken will, sollte auf alle Fälle zu einem 16 GB Kit greifen. Hier möchte ich euch zunächst einmal einen Preis-Leistungs-Kit vorstellen, für der war rund 70 Euro. Die beiden 8 GB großen G-Skiller EGIS RAM-Riegel takten mit 3000 MHz, was dank XMP-Profil auch stabil laufen sollte. Die angenehm niedrige CL16er Latenz sorgt zusätzlich für sehenswerte Zugriffszeiten und auch mit größeren CPU-Kühlern sollte es keinerlei Probleme geben. Etwas anders sieht es hingegen bei dem G-Skill RipJaws Arbeitsspeicher aus, der zwar gut 1 cm höher ist, dafür aber andere Vorteile mit sich bringt. Für etwas unter 80 Euro sind auch diese beiden 8 GB RAM-Module in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis auf alle Fälle ganz vorne mit dabei. Die Taktfrequenz beläuft sich hier konkret auf 3200 MHz bei angegebener CL16er Latenz. Dadurch ist die effektive Latenz dieses Arbeitsspeichers im Vergleich zur vorherigen Alternative noch etwas geringer. Zudem ist dieses Dual-Kit nun auch mit einem passiven Kühlkörper ausgestattet. Für einen recht ähnlichen Preis hat aber auch Konkurrent Crucial einen sehr beliebten Arbeitsspeicher im Angebot. Die beiden 8 GB großen Crucial Ballistic Spot AT RAM-Riegel takten mit 3000 MHz und bieten dank der CL15er Latenz nochmal etwas bessere Zugriffszeiten als der zuvor empfohlene G-Skill RipJaws Arbeitsspeicher. Natürlich ist auch dieses Kit kompatibel mit größeren CPU-Kühlermodellen, kann ebenfalls mit XMP betrieben werden und verfügt außerdem über einen Heat Spreader. Die vierte und letzte Empfehlung aus der Gaming-Kategorie ist vor allem für Optik- und RGB-Fans geeignet. Der Corsa Vengeance RGB Pro Arbeitsspeicher kostet ziemlich genau 100 Euro und ist rein spezifikationsmäßig mit dem G-Skill RipJaws Arbeitsspeicher zu vergleichen. Beide RAM-Riegel takten mit 3200 MHz und bieten eine CL16er Latenz. Beim Thema CPU-Kühler-Kompatibilität müsst ihr hier ein wenig aufpassen, da die beiden Module 51,4 mm hoch sind, darf er aber über einen Heat Spreader mit RGB-Element verfügen. Wer sein System lieber in hellen Farben halten möchte, findet den identischen Arbeitsspeicher im Übrigen auch in weiß. Kommen wir nun zur dritten und letzten Kategorie, die sich an alle Nutzer aus dem High-End-Gaming-Bereich richtet. Zwar reichen auch hier in vielen Fällen noch 16 GB RAM-Kapazität vollkommen aus, wer jedoch noch mehr Zukunftssicherheit geboten haben möchte, kann aber auch ruhig zu einem 32 GB Kit greifen. 64 GB und mehr Arbeitsspeicher sind hingegen viel mehr was für den professionellen Einsatzbereich, wie zum Beispiel 3D-Rendering oder sonstige Workstation-Aktivitäten. Auch für diese Kategorie habe ich zunächst einmal eine Preis-Leistungsempfehlung vorbereitet, wobei High-End-Gaming und Preis-Leistung sowieso eher schlecht zusammenpassen. Dennoch möchte ich euch den hier gezeigten G-Skill Triton Z Neo-Arbeitsspeicher ans Herz legen mit zwei 8 GB DDR4-Modulen. Dieses 120 Euro teure Kit kommt dank der hohen 3600 MHz Taktfrequenz und der geringen CL16er Latenz mit sehr sehenswerten Timings daher. Zudem verfügt es über einen sehr schönen Heatspreader mit RGB-Beleuchtung, welche wiederum mit sämtlichen Sync-Techniken gesteuert werden kann. Wer viel Wert auf eine hohe Leistung und eine gute Zukunftssicherheit legt, dafür aber auf eine auffällige Optik verzichten kann, der sollte mal einen Blick auf diesen 170 Euro teuren G-Skill RipJaws Arbeitsspeicher werfen. Die beiden 16 GB Module takten ebenfalls mit 3600 MHz bei angegebener CL16er Latenz. Der Arbeitsspeicher ist 42 mm hoch, bietet einen einfachen Heatspreader und verfügt selbstverständlich auch über eine XMP-Kompatibilität. Legt ihr einen sehr hohen Wert auf die Optik eures Systems und habt kein Problem damit, im Gegenzug auf eine gewisse Mehrleistung zu verzichten, so könnte der Corsa Dominator Platinum RGB-Rahm genau der richtige für euch sein. Zwar bieten andere Alternativen wie der Trident Zet Neo oder der Vengeance RGB Pro-Rahm ein wesentlich besseres Preis-Leistungsverhältnis als dieser Arbeitsspeicher, da die Optik dieses Rahmens jedoch sehr beliebt ist, wollte ich ihn nicht unerwähnt lassen. Die beiden 16 GB Module takten mit 3200 MHz bei einer CL16er Latenz und verfügen selbstverständlich auch über die Möglichkeit der XMP-Anbindung. Die letzte Empfehlung des heutigen Tages stellt dieses Quad-Channel-Kit dar, welches derweil für etwas unter 300 Euro zu haben ist. Konkret handelt es sich dabei um 4x8 GB Corsa-Ventus RGB Pro-Rahmen mit einem sehr hohen 3600 MHz Takt. Der Arbeitsspeicher ist 51,4 mm hoch und bietet ein schönes Gehäuse mit steuerbarer RGB-Beleuchtung. Zwar gibt es auch Arbeitsspeicher mit Taktfrequenzen von 4000 MHz und mehr, allerdings sind diese Modelle meist sehr sehr teuer und der Mehrwert hält sich hierbei häufig in Grenzen. Die Frage ist generell auch, ob man solch hohe Taktfrequenzen überhaupt stabil zum Laufen bekommt. Das war nun meine aktualisierte Arbeitsspeicher- bzw. RAM-Kaufberatung. Wie viel Gigabyte Arbeitsspeicher habt ihr derzeit in eurem Rechner verbaut? Schreibt es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Sollte dir dieses Video gefallen haben, würde ich mich auch diesmal über einen Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo freuen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschau tschau.